Hallo ihr Lieben, hier ist euer Weihnachtsmann aus dem Homeoffice, melde ich mich bei euch und hoffe natürlich, ihr wart ganz artig und habt alle Übungen aus unserem Bewegungskalender fleißig mitgetaut. Ich habe heute auch nochmal eine kleine Bescherung für euch vorbereitet. Wir starten direkt mit der Übung. Die Übung, die wir heute machen wollen, ist der Schlitten. Der Schlitten, passt auf, so geht der Schlitten. Ihr legt euch auf den Rücken, dann streckt ihr die Beine lang, die Arme nach hinten lang und dann heben wir alles an. Achtet dabei darauf, dass der untere Rücken immer am Boden bleibt. Also, auf geht's. Arme hoch, Beine hoch und halten. Oh, ist das anstrengend. Wenn das zu anstrengend wird, so wie mir, der zieht die Beine einfach ein bisschen weiter ran. Kein Problem. Ja, oh und dann halten wir das und genießen das. Und ja, da ich der Weihnachtsmann bin, muss ich das nicht ganz so lange aushalten. Ihr dürft das aber auch gerne länger machen. Und ja, so lange wie möglich, haltet ihr die Übung. Und mal schauen, was ihr so hinbekommt. Ihr haltet weiter die Übung. Ich mache mich jetzt auf die Reise, um die Kinder zu beschenken. Und ja, bleibt gesund. Und ein besinnliches Fest euch allen. Tschüssi. Schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Bis 2021. Macht's gut. Hallo zusammen. Ich wünsche euch schöne, fröhliche Weihnachtsfeiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Wir sehen uns bald. Bis dann. Schöne Weihnachtsfeiertage und ein gesundes neues Jahr. Hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch allen fröhliche und gemütliche Weihnachtstage. Lasst euch ein bisschen verzaubern von Plätzchenluft und Kerzenscheinen. Und denkt dran, dass wir euch im Januar nur ganz dezent halten können, was so die Formgebung von Stolle und von Gänsebraten anbetrifft. Aber ich würde sagen, lasst es euch trotzdem schmecken. Habt eine schöne Zeit und bis hoffentlich bald. Frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Genießt. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und entspannt euch ein bisschen nix all diesem ganzen Trubel draußen in der Welt. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns ganz bald wiedersehen und ganz bald wieder zusammen Sport machen. Macht's gut. Ciao. Hallo an alle. Ich hoffe, ihr seid bisher gut durch die Corona-Zeit gekommen. Und seid gesund und seid munter und seid auch sportlich weiter aktiv. Auch ohne uns. Ohne den BSV. Und ich hoffe ganz sehr, dass wir bald wieder miteinander unsere schönen Sportstunden erleben können. Ja, in diesem Sinne. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch ein richtig schönes, frohes Weihnachtsfest. Ein gesundes und glückliches neues Jahr. Und hoffentlich sehen wir uns bald sehr fit und aktiv und vor allem gesund wieder. Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Bis bald. Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Bleibt schön sportlich und dann sehen wir uns hoffentlich schnell im neuen Jahr wieder. Liebe Grüße und bleibt fit über die Weihnachtszeit. Hallo, ihr Lieben. Wir sind wieder eure Lena. Und Susi. Und wir wünschen euch eine gesinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Stunzen in Gemütlichkeit. Das erste Jahr ist jetzt vorbei. Im nächsten seid ihr wieder beim Sport dabei. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen gesunden und erfolgreichen Start ins neue Jahr. Bis bald. Liebe Sportler, ich wünsche euch frohe Weihnachten und alles Gute. Bleibt gesund. Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz frohe Weihnachten. Viel Spaß mit eurer Familie. Ganz viele schöne Momente. Und genießt einfach die Weihnachtszeit. Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und dann einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit. Bleibt gesund und munter und bis bald. Euer Weihnachtsmann. Noch ein Wunderschönes Weihnachtsfest. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020